Hallo, wie du vielleicht schon gedacht hast, gibt es noch einiges mehr über Variablen zu sagen. Beim letzten Mal haben wir ja hier diese Variable Augengröße eingeführt und hier unten verwendet. Und dann konnten wir die Augengröße ändern. Was man zu Variablen noch sagen kann, ist, dass man diesen Variablen jederzeit Werte hinzufügen kann. Ich kann zum Beispiel hier einen neuen Wert hinzufügen und das gleiche dann gleich nochmal machen. So oft ich will. Und es steht dann immer der letzte Wert drin, der reingeschrieben wurde, sozusagen. Übrigens, wenn du dich wunderst, dass hier vorne ein großes G steht und sonst alle Buchstaben klein sind, das ist ziemlich üblich, das so zu schreiben beim Programmieren, dass man die einzelnen Worte, die in einer Variablen drin stehen, so trennt, dass man das besser lesen kann. Und dann schreibt man immer den ersten Buchstaben groß von dem nächsten Wort. Also, das ist Absicht. Nicht wundern darüber. Okay, was ich auch machen kann, ich kann einfach die Variable nochmal neu definieren. Und dann wird wirklich eine ganz neue Variable gemacht und die andere komplett weggeschmissen. Aber das macht keinen Sinn, weil ich ja die Variable hier schon habe. Deswegen lasse ich das mal. Okay, jetzt haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dass diese Variablen, wenn man sie irgendwo anders verwendet, als links von diesem Gleichheitszeichen, ganz normale Werte sind. Also kann ich sie überall als Werte nehmen. Also kann ich auch damit rechnen. Und das wollen wir jetzt mal ausnutzen, was man damit machen kann. Ich mache das hier mal weg. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte das Gesicht vom Winston in der Horizontalen verschieben. Also gehe ich zum Gesicht und sage, du lebst du 200. Und ich kann sagen, ich nehme jetzt mal die Variable Winston selber. Und sage jetzt mal, aha, ich lege die mal zu 200, da wo das Gesicht gerade ist. Und jetzt kann ich hier sagen, hier soll der Winston sein. Und dann kann ich ihn natürlich verschieben, den Winston. Aber das sieht nicht so schön aus, weil die Augen ja nicht mit verschieben. Und die will ich jetzt mit verschieben, diese Augen. Und da könnte ich jetzt natürlich hingehen und eine neue Variable machen für die Augen. Aber das mache ich jetzt mal nicht, sondern ich mache mal was anderes. Der Winston selber ist ja bei 200. Wir haben ja gesagt, das Ganze ist 400 breit, 400 Pixel breit. Und 200 ist ungefähr hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier 200 einzeichne, dann habe ich ungefähr den Mittelpunkt von dem Kreis. Und da wird das Gesicht von Winston hingemalt. Und wenn ich jetzt hier rübergehe und hier schaue, dann bin ich hier ungefähr bei 150. Und das ist genau der Wert für die Ellipse hier. Was kann ich jetzt machen, wenn ich will, dass diese Ellipse mitwandert, wenn ich diesen Wert hier ändere? Ich kann jetzt Winston hier einfach eintragen. Und dann ist das Auge natürlich ein bisschen verrutscht, weil das Auge ist ja auf 200. Und das war ja vorher auf 150. Also was kann ich machen? 150 ist 50 weniger als 200. Also schreibe ich Winston minus 50. Und das Auge ist an der richtigen Stelle. Und wenn ich jetzt hier oben gehe und das verschiebe, dann verschiebt sich das Auge mit. Okay, das ist natürlich ein gutes Prinzip. Und beim Computer ist es dann einfach, die nächsten Sachen zu machen, wenn man mal einmal herausgefunden hat, wie es geht. Okay, das andere Auge ist bei 300. Das heißt, das ist 100 mehr als diese 200. Also schreibe ich Winston plus 100. Genau, das kann ich schön auseinanderschreiben, damit man es besser lesen kann. Und was fehlt jetzt noch? Der Mund. Der ist hier unten. Der ist im Moment bei 250. Das ist 50 mehr als 200. Also Winston plus 50. Okay, und jetzt kann ich den ganzen Winston verschieben. Das ist doch schön. Okay, was könnte ich jetzt noch machen? Erstmal hier ein bisschen schöner. Und hier übrigens, das finde ich, könnte auch eine Nase sein. Finde ich sogar noch ein bisschen schöner. Ich kann Variablen nicht nur Zahlen als Werte zuweisen, sondern auch andere Dinge. Ganz schön viele verschiedene. Aber wir fangen mal an mit anderen Variablen. Ich kann zum Beispiel sagen, war Augenhöhe gleich Augengröße. Okay, was ist jetzt passiert? Und zwar links von dem Gleichheitszeichen. Da kann eine Variable immer ihren Wert verändern. Und rechts von diesem Gleichheitszeichen, da kann eine Variable ihren Wert nicht verändern. Da steht sie nur für das, was in ihr drin ist. Also jetzt im Moment eine Zahl in dieser Augengröße. Und zwar diese 31. Das heißt, wenn ich hier Augengröße verwende, dann steht hier eigentlich 31 im Moment. Das heißt, danach sind Augengröße und Augenhöhe gleich. Das heißt, ich kann hier unten das einfach austauschen. Ich sage jetzt Augenhöhe statt Augengröße. Und es bleibt gleich. Also ich kann jetzt dann hier oben noch die Augengröße verändern. Und das bleibt gleich. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich keine ganz runden Augen möchte, dass die Augenhöhe ein bisschen kleiner sein soll. Zum Beispiel minus 10. Und dann wird sie ein bisschen kleiner. Und wenn ich die Augen jetzt vergrößere und verkleinere, dann bleiben die immer oval. Und zwar genau, weil dieser Wert, jetzt 55 hier, von dieser Augengröße, hier reingesetzt wird. Das heißt, da steht dann 55 und dann steht minus 10 da. Das heißt also 55 minus 10, das sind 45. Und das wird dann der Augenhöhe zugewiesen und hier verwendet. Und ich kann Variablen ganz frei verwenden. Das heißt, ich kann diese Augenhöhe nicht nur mit Augengröße verbinden, sondern mit jeder Variable, die ich habe, die ich zur Verfügung habe. Zum Beispiel jetzt auch mit Winston. Ich kann zum Beispiel sagen, die Augenhöhe soll jetzt gleich Winston sein. Okay, dann kommt was Lustiges bei raus. Aber das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Das heißt, ich kann das auch teilen. Zum Beispiel durch sieben teilen. Dieses Zeichen ist das Geteilzeichen vom Computer. Also wie ein Buchstrich, nur ein bisschen nach oben gekippt, kann man sich das vielleicht denken. Okay, und jetzt ist die Augenhöhe mit dem Winston verbunden. Was kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt den Winston ein bisschen bewege? Dann ändern sich die Augen. Wenn ich nach rechts gehe, dann werden die größer und wenn ich nach links gehe, werden sie kleiner. Und so kann ich alles Mögliche miteinander verbinden. Und da kriegst du den ersten Vorgeschmack, was mit dem Programmieren eigentlich alles geht. Du bist derjenige, der das macht. Du bist derjenige, der alles erfinden kann, der alles verändern kann und alles miteinander kombinieren kann. Ganz frei nach deiner Fantasie. Okay, und wie immer kannst du unten einen Link finden zum Gleich loslegen, wo du direkt zu diesem Beispiel kommst, bei der Khan Academy auf der Webseite. Und da kannst du natürlich auch immer einen Spin-off abspeichern. Und das können dann alle sehen, die auch diesen Kurs machen. Und ich auch. Okay, bis zum nächsten Mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020